Sie sind ja jetzt Berater, sportlicher Berater beim VfB Stuttgart. Ganz kurze Frage, Klassenerhalt, was stimmt Sie zuversichtlich, dass es was wird? Man hat zwei Spiele und die sollte man gewinnen. Und man spielt in Mainz und dann gegen Hoffenheim. Also die Möglichkeit ist da, aber man muss punkten. Aber in dem Abstiegskampf, glaube ich, ist alles möglich. Auch als Chef des Organisationskomitees für die Heim-EM, was sind da gerade die Aufgaben für Sie? Wo befinden Sie sich da gerade? Was ist jetzt wichtig? Ja, die Organisation im Großen und Ganzen steht. Es sind immer noch Anpassungen. Dann haben wir halt viele Stakeholder oder Partner sozusagen mit den zehn verschiedenen Host Cities, wo auch alle, dass man die alle auf Spur bekommt. Aber insgesamt merke ich immer wieder, wenn wir als Euro unterwegs sind, dass die Host Cities, alle Partner sehr, sehr motiviert sind. Sie wollen ein großes Gemeinschaftsfest organisieren. Und das ist auch unsere Aufgabe. In der heutigen Zeit, wo viele Probleme auch da sind, dass wir das Glück haben, nächstes Jahr eine Europameisterschaft im eigenen Land austragen zu können, wo wir wieder ein bisschen mehr das Wir-Gefühl kreieren können. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist für unsere Gesellschaft, also für Deutschland, aber auch für Europa. Wie sehr nervt Sie die Frage, ob Sie Vorstandsvorsitzender des FC Bayern werden möchten? Das ist das erste Mal, dass ich die Frage gestellt bekomme. Deswegen ist es noch absolut in Ordnung. Aber wie Sie ja gerade gesagt haben, ich habe eine tolle Aufgabe. Ich bin Turnierdirektor der Euro 2024, die im nächsten Jahr stattfindet. Ein großes Fest soll es werden bei uns im eigenen Land. Deswegen kann ich die Frage ganz einfach beantworten, dass ich einen tollen Job habe. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke schön. Gerne, gerne. Vielen Dank.